Hallo und herzlich willkommen bei Elektrotechnik Rezepte. Heute wollen wir diese Schaltung weiter vereinfachen. Mal vorweggenommen, heraus kommt das Ergebnis, dass diese drei Widerstände eigentlich alle parallel zueinander liegen. Ja, wie kommt man darauf? Das sehen wir uns nun einmal Schritt für Schritt an. Dazu machen wir jetzt erstmal das Netzwerk hier unten weg. So, es verbleiben hier unten aber die Knoten A und B, weil die brauchen wir gleich noch. Hier oben gehen wir nun von Knoten A ausgehend hier entlang und stellen fest, dass dieser Knoten hier elektrisch gleichwertig ist mit Knoten A, weil nämlich nichts dazwischen ist, also kein Widerstand. Deshalb nennen wir diesen Knoten hier auch Knoten A. Von Knoten B kommend gehen wir jetzt hier unten entlang, also entlang der violett gepunkteten Linie. Da landen wir an diesem Knoten und das ist auch wieder Knoten B. Also elektrisch gleichwertig mit dem Knoten, wo wir eben losgewandert sind. Weil nämlich zwischen diesen beiden Knoten hier nichts ist, deswegen sind die also elektrisch gleichwertig. Also man kann auch sagen, die sind elektrisch auf demselben Potential. Wir haben es hier also nur mit zwei Sorten Knoten zu tun, nämlich A und B. Der Widerstand R1 befindet sich zwischen A und B, der R2 zwischen B und A und der R3 zwischen A und B. Jetzt fügen wir diese drei Widerstände, die sich ja alle zwischen dem Knoten A und B befinden, zwischen die beiden Knoten A und B hier unten ein. Und jetzt erkennt man nämlich, dass die alle drei wunderschön parallel zueinander liegen. Damit sind wir jetzt fertig und können dann jetzt noch zur weiteren Vereinfachung vielleicht diese drei parallelen Widerstände zu einem einzigen zusammenfassen. So, das war es mal wieder für heute. Vielen Dank fürs Zuschauen. Falls ihr noch mehr Fragen habt zu Elektrotechnikaufgaben, dann schreibt die doch einfach unten in die Kommentare. Ja, tschüss, bis zum nächsten Mal, eure Barbara Kronberger.